Eines Tages werde ich dich befreien, Fabian. Das schwöre ich dir. Oh nein, bedrängst du dich wieder, Max? Das ist nicht deine Schuld. Das war meine Schuld. Okay? Zieh immer nicht alles auf dich. Ich bin der, der dich steuert. Aber das habe ich jetzt nicht getan, Max. Leg die... Ich dachte, du hast aufgehört. Kaugummi-Zigaretten. Toll, und ich habe dir vertraut. Was ist das? Apfelsaft? Oh Mann. Du wirst schon ganz lila. Jetzt schüttel nicht mit dem Kopf. Du wirst lila. Wann hast du dich das letzte Mal rasiert? Hä? Ist auch zu weinen. Du weißt, dass ich dann immer selber weinen muss. Max. Es ist okay. Wir werden sie wiederholen. Das verspreche ich dir, Max. Auch dir. Okay. Max. Das ist jemand. Komm schon, sonnt ihr. Max, warte, Max. Komm schon, Max. Komm schon, komm schon, du big grüß. Komm schon... Komm schon. Ja? Du schaust da. Ich schaue mich einen Moment, will ich? Das ist wirklich nicht so gut. Ey, Max, was ist es mit dem Untertitel des Zines? Du wirklich wissen wie ein Ort das großartig ist, das ist schön. Das ist schön. Wir sind scheinbar wunderschön. Wir sind nicht in der Mood. Okay, Entschuldigung, Mann. Der Boss will uns sehen. Also, gehen wir. Geh deine Zeit, Mann. Fucking unglaublich. Jesus. Ich habe das gehört. Oh, gib mir einen Moment. Äh, mit zwei Zucker bitte und ohne Milch. Ich will auch bangen. Du fucking pair of clowns. I'm sorry, Sir. We risked our lives several times over trying to save. I, I, I know. I just wish I knew what was happening and why. Yes, who has it in for our family. I mean, just because we are rich and happy. Is that a good reason to hate us? I do a lot of good in this town. A lot. This is hell for me. As I told you yesterday, when I give Fabiana back, I think I will move us to Miami or Geneva. I feel like nothing good could come from living in South Barbara right now. I hope you're not giving up on our city, Signor Brancourt. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when father died. Father had a heart attack visit in a brothel. Yeah, it was humiliated and embarrassing for sure. Now this is different. This is the end for me. Well, she's not dead. Maybe we'll be lucky and get her back safe soon. I can almost guarantee it. If you do as I ask. Maybe. Be strong, brother. For your wife. I know this has been tough on you. But things will get better. For all of us. Hmm? Marcelo, passos. In my helicopter. This way. Sure. Mr. Becker, Signor. Let us give you a ride. Good. Until then, Signor Brancourt. And me, I say. You would be best served, if you hire professionals. And you have to say. Can you talk to me, Mr. Becker? Goodbye, Mr. Becker. Until then, Signor Brancourt. You are small. You have so many plans, Max. Didn't we all? I was born into great fortune. Sometimes it feels like I have done nothing. Apart from being a rich man in a poor country. I mean, I talk to the only sea money. Not my wife. I am not naive. She does not love me for my body. Well, despite your good fortune, you're still a decent man. Am I? I don't know. I try to be. Maybe I'm just another rich fool. Just like the rest of my friends. You are so innocent. I have some assistance. You have a connection to the gentleman. You have a police officer called The Silver. I hope, that's he, I have your tea. Where is my tea? Yes. Another band cup, want in a pension contribution? Hmm. Do you think a pile of shit feels popular because it's surrounded by flies? Look at me. I'm a mess. Was ist passiert? Oh Gott! Du kannst du innen! Herr, wir haben ein Problem. Der Sicherheitssystem wurde veröffentlicht. Ich kann das sehen! Wir haben einen Mann in das Gebäude und der Office wird nicht geschlossen. Kann ich? Natürlich kann ich. Das funktioniert nicht. Es gibt eine Art, um das System zu rebrechen. Wenn ich in die Servierung kommen kann, sollte ich alles wieder online kommen. Es ist verrückt. Du bezigst ein paar Millionen Dollar, und du bekommst, dass du einen Knopf drücken kannst, um alle deine Probleme wegzunehmen zu können. Das war ein nützloser Schrank. Und ein bisschen falscher Hoffnung. Herr, lass uns das machen. Du bleibst in deinem Office, lockst dich selbst in. Nicht antworten auf die Tür, wenn du weißt, dass du es bist. Los geht's. Ich sollte das System überreden, wenn ich nur in die Servierung kommen kann. Was ist passiert? Und mach mir einen Tee. Versteck dich dahinter und mach den. Mach... So, ich schwebe, ich schwebe, ich schwebe, ich schwebe. Ich mach Brackdance in der Luft, weil ich's kann. Und du nicht. Oh, Scheiße. Oh, der ist ein Schrotwinter. Du auch. Oh. Steh auf, steh auf, steh auf. Oh. Wo ist der andere? Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Was ist der Nächste? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das... Nein, nicht wirklich. Gut, jetzt folgen wir dem Typen und ich hoffe, du verrätst mir dann noch dein Geheimnis für die Haare. Okay. Hey. Ach, geh in Deckung! Okay, okay. Bleib unten, bleib unten! Ach, scheiße. Okay, mein Freund. Oh Mann, dieser kleine Schnösel. Okay. Na, welche Überraschung erwartet uns hinter dieser Tür? Los, verrat's mir. Du, kost mir einen Kaffee. Während ich Spaß habe und deine Hand halte, die mich beruhigt. So. Okay. Kopf nach unten. Kopf zur Seite. These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Crotch a pre-do, the black badge. Right-winged paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I care to admit. Oh Mann. was looking for another payday or did their business with the Broncos run deeper. Oh. Okay, Max. Konzentrier dich. Mein letztes Mal. Okay. 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 Oh oh. Oh, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Gescheit. Der ist gestorben. Was zur Hölle? Wo wiederhole ich das jetzt? Ach so, hier. Das ist super toll. Okay, Freunde. Okay. Bleib unten, bleib unten, bleib unten. Ach, Frau Mann. Scheiße. Verhalte deine Granate diesmal für... Kick. Komm schon, Max. Kannst du... Nein. Süß. So. Okay. Okay, die läuft es rein. Hey. Wir sind gut, dass wir gehen. Lass uns den Server zurückkommen. Können wir nur noch ein paar Minuten spenden? Können wir sicher, dass sie alle weg sind? Komm schon, keine Angst. Ich habe deine Rückseite. Der Schöne Mann war schrecklich schrecklich. Aber ich dachte, dass wir das Schmerkmal haben. Okay. Die Server ist gerade hier. Du bist gut. Komm schon. Hey. Ich habe nur... Ich dachte, ich hätte einen Tag wie dieser, wenn ich in den morgens wundern bin. Ich dachte, ich könnte das gleiche sagen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich muss schnell sein. Ich muss schnell sein. Und tödlich. Schnell und tödlich. Mäschte. Oh, Mann. Oh, nein. Max, hörst du wohl auf, irgendwie gemütlich rumzulegen und mal aufstehen und irgendwelche Scheiße machen? Tun du können. Bitte tun. Penner, Arsch, Geisicht. Ah. Okay, ich muss sie zurückhalten. Zurückhalten. Oh, shit. Den Junge wüsst's. Ich bin wieder tot. Oh, ja. In den Rücken. Das ist toll. Oh, leck mich, Spiel. Okay, ist tot. Ist tot. Ist tot. Der Typ kommt da angerannt. Okay, okay, okay. Mehr Bullet Time. Ich weiß. Mehr Bullet Time. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Rein mit dir. Versteck dich hier, Max. Ganz ruhig, ganz ruhig, Max. Nicht, dass die falsche Seite... Hey, 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 hey. Was ist das denn? Selbst ein Toter bringt mich um. Nichts mit Abhaberbar. Arschgesicht. Und warum liege ich jetzt wieder in einer erotischen Pose hier? Mein Gott. Max, du kannst auch nicht aufhören, sexy zu sein, ne? Okay, nämlich Schrottwinter. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Wir sind wieder tot. Was ist das für ein Spiel? Solar Design, ich danke dir dafür, dass du mir das Spiel gekauft hast. Und es macht trotzdem Spaß, auch wenn es sehr danach aussieht. Das ist die Karussell-Taktik. Und das ist die Sterbentaktik. Okay, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Hey, 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 hey. Okay, dich tüten wir so, dich tüten wir so. Dich bringen wir einfach, okay, zum Tanzen. Dich auch, zack, 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 zack. Okay, ist erledigt, ist erledigt. Alles cool. Alles cool. Wir gehen mal in die andere Richtung. Wo ist der andere da? Oh, hi. Oh, wie viel die aushalten. Wir gehen mal in die Richtung. Nicht euer Ernst, oder? Nicht euer Ernst. Ich liege hier rum im Flur. Und? Okay, das war es, Freunde. Ich spiele das Spiel nur noch so durch. Wozu rumrennen wir in Irre? Wozu? Wozu den Kraftaufwand? Ich kann mich einfach rumrollen. Und das wird schon, das wird schon. Seht ihr? So, wo ist der? Na, wo ist der? Hey. Ich warte. Ja, 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 ja. Genau, genau. Moment. So, ich spiele es noch so. Da, er hat es auch versucht. Ist gescheitert. Das kann nicht jeder, diese Technik. Kann nicht jeder. So, Moment. So. Brasco, oder keine Ahnung, wie du hast. Locken. Ich komme gleich. Ich komme. So. Okay. Okay. Ist anstrengend, aber es wirkt. Es wirkt. Ich brauche eine Pause, Jungs. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Ja, ich komme ja schon. Ich komme gleich. So, ich mache jetzt aber einen kleinen Schnitt. Ich brauche eine kleine Pause von der Action hier. Und ja, ich lege mich jetzt hin. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ah, so. Gut. Und ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer erotischer Hardy. Und ja, bis zum nächsten Mal.